Ja, hallo Lieben, das ist jetzt schon mal der Padrapport. Ich glaube, Psychologe und so weiter und so weiter. Ja, ich habe ja neulich schon gesagt, wir haben einen neuen Lesungsort für meine Mini-Tour in Karlsruhe, Schauburg Filmtheater, 12.2. findet ihr auf libysche.de da oben, wenn ihr da auf Lesungen geht. Vielleicht packe ich den Link ja auch nochmal drunter. Und ja, heute hatten wir eine Frage, so eine ähnliche hatten wir neulich schon mal. Was ist, wenn mein Date sozusagen sein Leben erst noch aufräumen muss, bevor wir uns daten können? Ja, kommt glaube ich gar nicht so selten vor. Hallo Christian, danke für deine tolle Arbeit. Dein Buch, der Liebescode, ist immer wieder ein sehr empfehlenswertes Buch, mein erstes. Hat mir bis jetzt gute Dienste geleistet und ich traue mich nach Scheidung ein paar negativen Dating-Erfahren mal wieder ins Tun zu kommen. Ich bin Anfang 30, bin selbst Erbindungsvermeidend und arbeite inklusive Therapie mir selbst. Auf der Suche nach einer sicheren und monogamen Beziehung bin ich einem Mann Mitte 40 begegnet, der sich mir als Single vorstellt und ergeblich auch nach einer richtigen Beziehung sucht. Hätte mich mal interessiert, wo du den getroffen hast. Klingt für mich so nach Dating-App hier. Ich machte meine Standards klar und sagte ihm, dass ich keine Freundschaft plus und keine Dreiecke suchen würde. Und bevor ich den Menschen und seine Situation wirklich kenne, gibt es auch keinen Hallenhammer, weil man sonst ja schnell irrational werden kann. Jetzt nach Date Nummer 3. Erstes und zweites Date war ein echt hammertoll. Kommt da raus, dass er eine gute Freundin hat. Ah, so, so. Die Freundin. Diese hätte er gedatet und auch mit ihr geschlafen. Sie wohne am anderen Ende von Turkmenistan. Aber keine Sorge, wenn sie ihn das nächste Mal besuchen würde, wäre ja klar, dass es keinen Bettsport mehr gäbe. Er meinte, sie wäre ihm sehr wichtig, weil die letzten Jahre Höhen und Tiefen führen da und hätte auch grünes Licht für mich gegeben. Also das finde ich schon sehr weird. Kann ich immer nicht so richtig glauben. Ich meine, wenn die schon darüber gesprochen haben, warum muss man ihr dann jetzt noch sagen, dass es keinen Hallenhammer mehr gibt. Das verstehe ich jetzt nicht. Ich dachte mir nur so, what's the fuck? Und im Hintergrund rief eine leise Stimme, keine fucking Dreiecke. Vermutlich habe ich genug Hemmschi-Content gebinged, dass der Standards-Alarm losgegangen ist. Ja, ich meine, du hast ja auch gesagt, du willst das nicht, ne? Ich sagte ihm, dass er ja noch in einer Beziehung wäre. Er meinte, nee, sowas ist Freundschaft. Ja gut, das ist ja heutzutage so üblich, dass irgendwie so gestritten wird über Definition. Also ich meine, wenn man jemanden regelmäßig sieht für Bettsport und das irgendeine Art von Form hat, würde ich auch sagen, ist eine Art von Beziehung. Natürlich kann man sagen, das ist nur Freundschaft plus, aber wenn das sowas regelmäßig hat und man sich wichtig ist, was unterscheidet das dann von einer Beziehung? Außer, dass es vielleicht nicht committed ist. Ja, aber ich kann verstehen, dass sich das so ein bisschen hellhörig macht. Bin ich jetzt so ängstlich, beziehungsweise eifersüchtig und kommt da die Bindungsangst wieder hoch? Weil ich bin ja schon wieder emotional fast raus aus der Sache eigentlich. Oder ist das eine typische Dreieckssituation? By the way, sind da auch noch andere Freundinnen, würde ich vermuten. Ja, okay, also okay. Soll ich ihm Zeit geben, sich in Ruhe zu entscheiden? Also, es ist immer so ein Abwägen. Also natürlich haben Menschen Leben, die man datet und ja, da kann man jetzt niemanden für verurteilen, dass der irgendwie, wenn das jetzt so ist, ich meine, es ist ja nicht immer noch so, dass man Situationen gibt, wo das einfach alles nicht stimmt und es ist vielleicht eine reguläre Beziehung und was weiß ich. Und der datet aus dieser regulären Beziehung auf Tinder. Gott, sowas wollen wir jetzt gar nicht drüber nachdenken, aber ich wollte immer nur wieder sagen, falls es Online-Dating ist, 50 Prozent der Menschen auf Tinder sind nicht Single. Und ja, das ist natürlich auch, es gibt natürlich verschiedene Arten von Single, auch das ist ja ein dehnbarer Begriff. Also ich würde unter einem Single jetzt auch was verstehen oder unter einem idealen Single, sagen wir mal so, der nicht solche Sachen am Laufen hat irgendwie. Aber wie gesagt, natürlich schlägt man sich irgendwie durchs Leben, also Sexualität ist ja auch irgendwo ein Grundbedürfnis, vielleicht befriedigt man das irgendwo und sucht trotzdem weiter. Ja, das kann alles sein, aber was, also ich finde auch, dass sich das hier auf eine ungute Weise addiert alles so. Also wir haben jetzt erstmal, gibt es da noch viel mehr Frauen, also das, also ich würde nicht unbedingt, wenn man schon neun Mann sucht, würde ich nicht jemanden sucht, der x Freundin hat irgendwie. Dann ist ja irgendwie absehbar, dass der dir sagen wird, ja, wir haben jetzt zwar keinen Bunga-Bunga mehr, aber ist ja immer noch mal eine gute Freundin. Das heißt, du hast immer noch jemand im Leben, weiß ich nicht, der ihm wichtig ist und die eine körperliche Beziehung hatten. Also, und überhaupt schon diese ganzen Diskussionen darüber, also ich, also wie gesagt, ich denke, es kann passieren, dass man jemand Tolles kennenlernt und das Leben ist nicht aufgeräumt, sag ich mal. Aber dann kann man das doch, ich meine, der wird ja auch gemerkt haben, das läuft super, dann kann man das doch einfach im Hintergrund machen. Dann wird das eben beendet irgendwie und da muss, und da muss dann jetzt auch keine endlose Diskussion drüber geführt werden. Er weiß, was du suchst, er weiß, dass, dann kann er doch, hätte er doch schon längst während dieser drei Dates das erledigen können und jetzt eine saubere Spielfläche haben, bevor ihr was anfangt, ne. Und aber, dass da überhaupt so viel diskutiert werden muss und dass sie erst grünes Licht gibt, aber dann haben die immer noch Hallenhalmer und da sind dann noch andere Freundinnen. Und, also, das wird mich auch irritieren. Also, und letztlich musst du es wissen, aber wenn du jetzt, also ich denke mir auch, da gibt es vielleicht Partner, die geeigneter sind, aber es ist natürlich, es ist nicht 0,1. Also, muss man natürlich auch irgendwie gucken, dass man nicht zu streng wird, aber ich verstehe da deinen Punkt absolut. Also, was du machen könntest, ist natürlich zu sagen, ja, jetzt räumen wir das erstmal auf und dann daten wir weiter, bringt das erstmal alles hinter dir und du könntest auch sagen, irgendwie, wenn das für dich so stimmig ist, könntest du auch sagen, sorry, jetzt eine Freundin in deinem Leben, der du gerade was hattest, habe ich auch keinen Bock drauf. Und dann gucken, was er dazu sagt, aber was man ja schon merkt und merke ich auch selber, wenn ich darüber rede, dass da schon auch eine Menge Reibung und Friktion entsteht, die vielleicht nicht unbedingt hilfreich ist. Und was wir ja, was ich ja immer wieder sehe, ist, dass die Probleme, die man, auch die mini, mini, mini Probleme, die man am Anfang hat von so einem Datingprozess, die türmen sich in der Regel später auf. Das ist praktisch bei allen Beziehungen so, also es ist jetzt nichts in sich Schlechtes, weil jede Beziehung hat natürlich irgendwo Stellen, wo sie vielleicht ein bisschen dünner ist. Und die sieht man häufig schon ganz klein am Anfang und wenn sie wirklich mini, mini klein sind, dann bleiben sie auch handhabbar. Aber wenn, also wenn es schon solche Probleme gibt mit Freundinnen und was haben die eigentlich für einen Status, also da kannst du eigentlich zu 99 Monaten sicher sein, dass, damit wirst du dich auch noch gewaltig umschlagen müssen. Und, also gerade für jemand, der vielleicht vorher, und das sind ja die meisten bei mir, in schwierigen Beziehungen war, rate ich natürlich immer, sich das so einfach wie möglich zu machen. Und das hört sich jetzt nicht unbedingt nach einer super einfachen Situation an. Aber letztlich musst du es wissen. Ja, sollte ich ihm Zeit geben, in Ruhe zu entscheiden? Ja, also ich sage, das wäre eine Möglichkeit, wenn du nicht sagst, boah, das ist mir einfach alles zu viel. Hab klar gesagt, entweder Beziehungen ohne andere Ladies am Start oder eben gar nichts. Ja, das ist, sehe ich genau so, das sind eigentlich die einzigen Optionen. Also außer die Option, dass du jetzt sagst, das ist mir zu blöd. Aber ich habe ihm Zeit gegeben, darüber nachzudenken, weil er mich ja noch gar nicht so lange kennt. Ja, wie gesagt, ich würde von so einem Mann erwarten, der dich richtig gut findet, dass er das im Hintergrund alles regelt und du da eigentlich gar nichts groß mit zu tun hast. Und wenn ihr dann sozusagen, also ein wirklich reifer Mann, der regelt das und dann, sobald ihr das startet in der Kiste, wirst du keinen Zahnpasta-Tuben mehr finden oder was weiß ich, dann ist Feierabend. So würde ich das erwarten und nicht, dass du da, wissen wir da überhaupt so viel, aber vielleicht, vielleicht habe ich echt so hohe Ansprüche, keine Ahnung. Aber so, also du willst da, klar hat der ein Vorleben, aber du willst, also du machst das eigentlich genau richtig, du willst, dass das klar ist. Aber wenn das bis jetzt schon so viele Schwierigkeiten bereitet, naja, weiß nicht, finde ich schwierig. Ich habe ihm Zeit gegeben, darüber nachzudenken, weil er noch nicht lange kennt. Er hatte wohl auch noch nie eine lange Beziehung. Ach Gott, das ist, das finde ich eine Red Flag. Und das heißt jetzt wieder nicht, ich weiß, bei mir sind x Leute in Kursen und auf dem Kanal, die selber auch keine lange Beziehung hatten und eine lange, aber eine suchen. Also das ist nichts gegen Leute jetzt, die keine lange Beziehung haben, aber du als jemand, der was Stabiles sucht und dann noch jemand, der noch nie was Stabiles hatte, das ist einfach, das ist keine gute Sache. Und, also man sieht ja, es sind, wenn man jetzt immer nur eine Sache rausnimmt, kann man vielleicht gucken, aber das türmt sich jetzt auf zum Turm von Babylon schon wieder. Und, naja, also jetzt, okay, mit dem Satz denke ich, weiß ich nicht, sollte man, kannst du was mit ihm anfangen, aber dann hätte ich da keine, also sollte man es vielleicht lieber gleich lassen. Er hätte da keinerlei Erwartung, dass sich das in der Beziehung entwickelt. Was denkst du? Gleich Trainingskompetenz aktivieren. Ja, also wie gesagt, letztlich musst du es entscheiden, aber, also, wenn ich das Gefühl, wenn die E-Mail jetzt noch länger gewesen wäre, wären wir noch drei Punkte aufgekommen, wäre vielleicht besser, ja, keine Ahnung. Aber, it's up to you. Meine Gedanken habe ich gehört, freue mich auch über Kommentare, hinterlasst mir auch immer gern ein Abo, auch diese Glocke aktivieren. Das für den YouTube-Algorithmus, also neben diesen Abonnieren-Knopf, ähm, coole Sache, dann verpasst ihr uns auch kein Live, das haben wir hier mal wieder, ah, wir haben das Live verpasst und, äh, und, äh, also kann ich sehr empfehlen und dann natürlich auch, ähm, freue mich sehr über Kanalmitgliedschaften, wenn ihr sagt, Mensch, Hemschi haut immer umsonst hier Content raus, jeden Tag, möchten wir gerne unterstützen oder es gibt ja auch diese Support-Buttons hier jetzt unter jedem Video, das freut mich sehr und wir sehen uns bald wieder. Redekopf-Grock-Grock-Grock-Grock-Grock-Grock Rie 독 antes